Und jetzt ein Blick ins benachbarte Bayern. Der Sommer naht und damit auch die Urlaubszeit. Urlaub buchen oder vielleicht doch mal campen gehen? Aber was braucht man eigentlich alles, um die Campingtour zu starten? Wir haben uns diesbezüglich bei Zimmer Caravan in Freilassing einmal ein bisschen umgesehen. Viele Camper und Weltenbummler verreisen Jahr für Jahr mit dem Wohnmobil, das heute mit seiner Ausstattung fast schon einer mobilen Wohnung gleicht. Von Küche über Schlafzimmer, Sitzecke und Toilette bis manchmal sogar Dusche ist alles mit an Bord. Zusätzlich sind im modernen Wohnmobil meist auch Fernseher, Kühlschrank, Herd und Spülmaschine mit dabei. Also eigentlich wirklich alles, damit es einem im Urlaub an nichts mangelt. Der steigenden Nachfrage an dieser ungezwungenen Art des Urlaubens tragen natürlich auch die Händler von Wohnmobilen und Wohnwagen Rechnung. Einer von ihnen ist Zimmer Caravan in Freilassing. Wir von Zimmer Caravan sind einer der führenden Händler in der Region, Salzburger Land und Berchtesgadener Land. Wir bieten Freizeitfahrzeuge der Marken Hobby, Fendt und Bürstner an. Ebenso haben wir eine große Gebrauchtwagen-Auswahl ständig vorrätig. Unsere aktuelle Vermietflotte können Sie ebenso günstig erwerben. Die Vermietflotte besteht derzeit aus ca. 20 Freizeitfahrzeugen mit nahezu jedem Grundriss für Familien oder einzelne Ehepaare. Bei Zimmer Caravan kann man Freizeitfahrzeuge sowohl kaufen als auch mieten. Egal für welche Variante man sich entscheidet, auf eines kann man sich verlassen. Wir sind kein Discounter. Wir bieten ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte an, damit Sie Ihren Urlaub unbeschwert genießen können. Zimmer Caravan ist absoluter Marktführer in der Region, wenn es um Wohnmobile, Wohnwagen und dergleichen geht. Aber auch im Bereich der Reparatur hat sich die Freilassinger Firma einen Namen gemacht. Zimmer Caravan bietet Ihnen mit unserem stetig geschulten Fachpersonal einen hervorragenden Service rund um Ihr Fahrzeug an. Wir reparieren vom Transport- oder Pferdeanhänger bis hin zum hochwertigen Reisemobil jedes Fahrzeug. Auch Spezialanfertigungen oder Sonderausbauten stellen für uns kein Problem dar. Neben der kompetenten Werkstätte und den Freizeitmobilen bietet Zimmer Caravan noch eine riesige Auswahl mit allem, was das Camperherz begehrt. Unser großer, umfangreicher Zubehörshop mit circa 15.000 Artikeln bietet von der Wasserentkeimung bis zur automatischen Satellitenanlage eigentlich jedes Zubehör an, was man sich vorstellen kann. Die Kunden bei Zimmer Caravan kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Vom normalen Arbeiter bis hin zu einem prominenten Rennfahrer ist alles mit dabei. So unterschiedlich die Voraussetzungen sind, die Rückmeldungen sind doch immer ähnlich. Durchweg sind unsere Kunden sehr begeistert durch diese Art des Urlaubs. Unsere Fahrzeuge sind in der Vermietung jedes Jahr erneuert. Es sind immer aktuelle Fahrzeuge mit durchdachten Grundrissen, wobei für jeden eigentlich dann auch was dabei ist. Unsere Fahrzeuge, speziell für Familien, haben Etagenbetten, wo die Kinder ihr eigenes Reich haben und die Eltern dennoch in ihrer Sitzgruppe gemütlich sitzen können oder Fernsehschauen können. Sollte jetzt jemand auf den Geschmack gekommen sein, findet er bei Zimmer Caravan in Freilassing einen kompetenten Ansprechpartner mit über 30 Jahren Erfahrung. Getreu dem Motto, unterwegs und doch daheim.